Besonders vielseitig präsentiert sich dieser Cardreader. Mit sechs Kartenslots ist er für alle denkbaren Speicherkarten gerüstet. Sogar die SIM-Karte Ihres Handys können Sie damit auslesen und bearbeiten. Leichter geht's nicht. Einfach den Cardreader mit dem mitgelieferten USB-Kabel am PC oder Notebook anschließen und schon ist das Gerät bereit, Ihre Speicherkarten aufzunehmen. An der LED unten links erkennen Sie, ob gerade ein Datenzugriff erfolgt. Auf der Treiber-CD befinden sich auch eine SIM-Kart-Software. Damit können Sie zum Beispiel auch am PC auf Ihr Handy-Telefonbuch zugreifen, SMS bearbeiten oder Daten vom PC auf die SIM-Karte übertragen. Der Cardreader macht das lästige Hantieren mit den Adaptern für die Mini-Ausführung überflüssig. Auch der Datentransfer direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte ist kein Problem.